Hallo, hier spricht wieder euer Remora. Ich begrüße euch herzlich zu einer weiteren Folge meines XCOM 2 Playthroughs auf dem Schwierigkeitsgrad Legende Iron Man. Wir werden heute den Gorilla-Einsatz machen, Operation fliegender Betrug, uns winkten 265 Vorräte und die Verhinderung des düsteren Ereignisses Alien Code. Als Gegner sehen wir, wir kriegen als Anführer der Gruppen, also wir werden vier Gruppen kriegen, einen Arkon, einen Andromedon, einen Sektor-Pod und einen Offizier. Das hört sich machbar an und deswegen gehen wir da auch rein. So, wir haben in der letzten Mission, ich glaube, fünf Verletzte gekriegt, zwei davon sind schon wieder da. Und Gott sei Dank sind auch die Ausfälle von Sam und Ed wieder zurück. Das heißt, die bringen wir auf jeden Fall mit, wir bringen Brienne mit. Wir werden Ygritte heute mitbringen. Doran. Und wir brauchen auch mehr Sela. So, Rüstungen freigeben, aus dem Grund, weil wir Ygritte den Spinnenanzug geben und sie wird die Giftgeschosse mitbringen. HV Advent Soldaten, da ist es nicht verkehrt, die kann man schön vergiften. Und außerdem, wenn wir hier sonst noch was machen, und zwar, ich habe noch gesehen, wir haben da noch das Plus 10 Ziel und das kriegt auch sie. Schön. So, was haben wir noch? Erstmal hier bearbeiten. Und zwar, das muss man leider jedes Mal machen, hier das schwere Gerät austauschen, wir nehmen eine Schredderkanone mit. Sonst ist es okay, dass sie nur das Medikit hat, ist klar. So, jetzt brauchen wir aber trotzdem, wir brauchen Blue Screen Rounds. Und die nimmt in dem Fall Sam mit und als zweites nimmt er ein Imitationsgerät. Gut. Dann, hier das Imitationsgerät finde ich erstmal okay. Dann brauchen wir Granaten. Wir brauchen, ich nehme jetzt mal nur eine EMP-Bomb mit, weil wir haben nur einen Sektor-Pod. Und sonst keine maßgeblichen. mechanischen Einheiten. Dann nehmen wir trotzdem Blue Screen Rounds mit. Und als zweites nimmt er Brandbombe mit. Und auch hier werden wir jeweils die stinknormalen Plasma-Granaten durch die verbesserten Säurebombe, beziehungsweise Gasbombe ersetzen. Gut. Was haben wir rechts? Rechts haben wir auch das, was wir haben wollen, Blenkgranate und Schädelstecker. Das, glaube ich, passt. Und ich glaube, da können wir starten. Viel Glück. Skyranger eingesetzt. Menace bereit für Einsatz. Der Aufklärung nach hat ein Hacker des Widerstands eine Schwachstelle im Advent-Netzwerk entdeckt und versucht, einige ihrer Daten über ein Terminal in diesem Gebiet zu stehlen. Leider konnten die Aliens den Hacker schnell ausschalten. Aber soweit wir wissen, sind diese Daten kritisch für die jüngste Operation der Aliens. Wir gehen rein und bergen alles, was wir können. Schalten Sie alle Feinde aus und sichern Sie das Gebiet. Greifen Sie aufs Netzwerk zu, bevor Sie die Verbindung trennen. Feierbrennen bringen uns in die Slums, finstere Ortschaft nach Marseille. Operation Fliegender Betrug. Und wir sollen natürlich die elf Gegner töten, neutralisieren und eine Workstation hacken. Und ich gehe davon aus, es ist möglich aus der Distanz, was somit eigentlich der leichteste Gorilla Ops-Einsatzsysteme kriegen kann. Nachdem die letzten zwei Missionen ja nicht so wahnsinnig prickelnd waren, das heißt, einmal haben wir eine fehlgeschlagene Gorilla Ops gehabt und im letzten hatten wir fünf verletzte. Hoffe ich, dass es diesmal ein bisschen leichter wird. Auch keine Reinforcements zu kriegen, wäre schon mal wieder mal was, was wir auch schon länger nicht mehr hatten. Ranger, der Zugangspunkt liegt direkt voraus. Sichern Sie das Gebiet und rechnen Sie mit feindlichem Widerstand. Okay, voraus, okay, ja, hat er schon irgendwo recht. Jetzt machen wir mal folgendes, jetzt ziehen wir erst einmal Egret nach vorne und lassen Sie mal runterschauen, ob da vielleicht irgendwelche Zivilisten sich rumtreiben. Nicht, dass wir da durch aufgedeckt werden, schaut aber nicht so aus. Und den Rest vom Team müssen wir sowieso jetzt nach unten bringen. Also zumindest ein paar. Sehen wir erst einmal nichts, aha. Dann nutzen wir das mal aus und ziehen wir tatsächlich mit Ed weiter. Wenn wir jetzt wirklich was encountern sollten, dann könnten wir alle von oben schießen lassen. Jetzt müssen wir einmal ganz schnell schauen, wo müssen wir genau hin. Aha, durch die Gasse durch. Und dann haben wir vielleicht sogar schon ein Blickfeld. Oh, meine Maus spinnt heute ein bisschen. Durch die Tür durch auf das Gerät. Ah, okay, das schaut doch durbel aus. Wir haben auch schon gesehen, dass genau bei dem Gerät sich die Truppe um den Advent-Offizier geschart hat. Und wenn wir schon gesehen haben, dass da nichts ist, das nutzen wir aus, um so weit wie möglich zu gehen in der Runde. Und mir selber als Letzte. Okay, schauen wir mal, ob wir was entdecken. Insektor-Port hören wir schon wieder rumstiefeln. Es könnte sogar sein, wenn wir rechts an dem Haus vorbeigehen, dass wir uns dann vielleicht auch noch irgendwelche Truppen sparen, die links sind. Dann lassen wir mal jetzt hier als erstes prähen. Mal scouten. Wow, das ist gar nichts. Okay, cool. Geht es da irgendwo hoch sogar? Aha, da geht es sogar irgendwo hoch. Da werden wir auch welche hochziehen, weil das ist doch eigentlich eine super Idee. Okay, vielleicht grappeln wir sie hierher. Könnten sie sogar da hochgrappeln. Das probieren wir mal. Das wäre, glaube ich, eine super Position. Selbst da sieht sie nichts. Okay, wo sind die Gegner? Stehen sie wieder alle auf einem Platz oder was? Sam hier hin. Dann hätte ich kein Missiler da oben. Und Doran ziehen wir auch noch hier rüber. Hier haben wir alle in Overwatch. Vier Gruppen und wir haben nach zwei Runden noch keine gesehen. Obwohl wir sehr prominent wieder oben stehen. Ah, okay, jetzt könnte aber was kommen. Da unten sehen wir auch schon. Was, was ist das? Das könnte jetzt ein Aachon gewesen sein. Schauen wir mal, ob wir von hier sogar schon das Objective sehen könnten. Nein, kann man noch nicht. Wo ist das? Aber das ist schon in dem Haus. Okay, aber trotzdem, nichtsdestotrotz. Sechs Runden. Wenn es wirklich von der Entfernung hackbar ist, dann habe ich da... bin ich sehr zufrieden, weil ich glaube, dass wir das dann wirklich erschaffen. Und die eine Gruppe, die hat mich so angeschaut, als wenn sie sich eventuell bewegen würden. Die wir vorher gesehen haben. Also da sitzt es auf jeden Fall noch nicht. Kann man da eigentlich reingehen? Ja, kann man auch. Schön. Und dritte Runde ohne Gegner. Wir werden ja nicht das Objective uns sichern, bevor wir irgendeine Gruppe encountered haben. Das kann ja nicht sein, oder? Ja, wir wissen schon. Sind wir noch da drüben, die Gruppe? Liegt sie sich? Nein, schade, als wenn sie standeln würden. Okay. Wow. Ygritte. Siehst du es von da vielleicht tatsächlich schon? Ah, Ygritte, sage ich, Brian. Ja, von da sieht sie es. Und sie sieht auch die zwei Gruppen. Sie haben Sichtkontakt zum ungeschützten Zugangspunkt. Also, das merken wir uns mal. Wir könnten von hier bereits angreifen. Hacken, meine ich. Das Problem ist, wenn ich jetzt hacke, dann würde ich die zwei Gruppen auftun. Da möchte ich aber ganz gern vorher eine davon ausschalten. Und deswegen schlage ich auch vor, dass wir die da links nehmen. Aber die ist schon verdammt weit weg, die Gruppe. Vielleicht, wenn wir hier rüber gehen, können wir es vielleicht von hier auch hacken. Oder von hier. Wo stehen die nochmal? Sehen uns die dann? Wenn wir da rüber gehen. Von hier vielleicht. Oh, und da ist auch noch eine Gruppe. Da sehen wir schon die dritte Gruppe stehen. Okay, das ist jetzt alles nicht so, wie wir es vorgestellt haben. Aber das gehen wir trotzdem langsam an. Ich bleibe alle so. Genau, da bewegen wir uns mal überhaupt nicht. Maximal sie hierher. Gut, alles klar, das passt. Alle mal Feuerschutz. Keine der Gruppen bewegt sich. Ist das möglich? Ist sowas wirklich möglich? Ja doch, die bewegen sich. So, jetzt probieren wir nochmal was. von wo kannst du denn sonst noch das Teil sehen? Von hier zum Beispiel. Okay, da wirst du jetzt auch nur noch die drei dann sehen. Okay. Dann sollten wir jetzt vielleicht einmal mit irgendwas anfangen. Und da oben, was ist da? Sie sieht die zwei. Wenn sie aufgedeckt wird, würden wir die pullen. Okay, sie sind sogar beide Gruppen. Schlecht. Wie machen wir das jetzt am Schick dann? Wollen wir jetzt echt mal überlegen, wie wir das machen, dass wir maximal eine Gruppe pullen. Wir müssen sie wegziehen. Es bleibt jetzt gar nichts anderes übrig. Wenn wir sie da wieder zurückziehen, dürfte sich wahrscheinlich keine der beiden Gruppen mehr sehen. So ist es. Und wenn wir Sam vielleicht auch noch da noch rechts rüberziehen. Okay. Den Rest dann ebenfalls nachziehen. Ah, da ziehen wir vielleicht auch auf das Haus runter. Schaffen wir das jetzt noch? Ja. Ja, die können sogar schon wieder grappeln. Okay. Dann ziehen wir sie da in die Ecke rein. Jetzt sind wir ganz rechts auf der Map. Okay, dann gehen jetzt alle in Overwatch. Nächste Runde öffnen wir öffnen wir auf die Gruppe, die auch ja, doch nicht. Jetzt kommen die doch. Okay, jetzt machen wir vielleicht doch die platt. So, wenn wir die platt machen würden. Okay, dann müssen wir aber sie abziehen. Und, die zwei sind die zwei. Und da hatte ich mir eingebauten, dass Micella mehr sieht als zwei. Nein, auch nur die zwei. Okay, dann müssen wir vorher Brienne auf jeden Fall wegziehen, weil die sieht zu viele. Die sieht definitiv zu viele an der Stelle. Das würde uns dann doch zwei Gruppen kosten. Schauen wir mal, was da ist. Da sieht sie nur noch die. Sehr schön. Okay, das ist jetzt genau der Plan. Jetzt legen wir da mal los. Mit was legen wir los? Schade, ich hätte gerne 100% auf die Viper gehabt. Das wäre mir viel lieber gewesen. Okay, wir legen los mit 76% auf das Andromedon. Buh, schön. Kritisch. Wahrscheinlich die komplette Amazer-Schreddert. Nicht die komplette, aber viel. Gut. Schaut mich gut an, weil nämlich wir hier mit einer Säurebombe weitermachen. Treffen wir da beide? Wir müssen beide treffen, sonst ist es keine Option mit der Säurebombe. Das muss doch mal grundsätzlich möglich sein. Ich weiß, dass da eine Mauer dazwischen ist und es scheint wirklich nicht zu gehen. Und vorhin kann ich überhaupt nicht treffen mit der Säurebombe doch. Die Viper kann man schon treffen. Was ist denn, wenn wir die andere schmeißen? Was ist denn, wenn wir die Gasbombe schmeißen? Schaffen wir es da irgendwie beide zu treffen? Ist wirklich diese Mauer und die Tür, die was dazwischen ist und so ist das wirklich zu viel verlangt das Teil zu treffen? Schaut wirklich, wirklich so aus. Da müssen wir uns was anderes überlegen. Mit schnelle Hände sehen wir nur die Viper, okay. Schöner Treffer, Big Red. Und 100% und 92% Dann machen wir die Viper down. Gut, dieser Andromedon hat noch 12 Leben, leider. Oh, der könnte die Workstation sogar von da hacken. Oh, das merkt man uns für nächste Runde. Ich glaube, dass er hier auf Suppression geht. Und der Rest auf gemeinschaftliches Overwatch. Huh, vorbei. Aber er hatte auch nur 10% Chancen zum Treffen. Jetzt hat er die Tür geöffnet, ok, die Chancen sind nicht so wahnsinnig groß, den zu treffen, warum eigentlich? Ah, weil er hinter Full Cover steht, ok, dann, da sich keine Gruppe bewegt, lassen wir uns hier Zeit, dann machen wir mal 100 Targeting drauf und sogar ein Treffer, wow, add, add on fire, sehr schön. Und dann können wir den auch hier ziemlich sicher ausschalten. Oh, 100%ige Treffer-Chance und wo er crit-Chance, wenn er crit-et, wenn er crit-et mit Blue-Screen-Rounds ist die Shell-Down, ah, nicht ganz, schade, hat noch 3 Leben, wenn ich es richtig gesehen habe. Da gehen wir aber auf Overwatch, weil wenn er rauskommt, irgendeiner wird den treffen. Hier machen wir sogar noch ein Nachladen, einer von den 3, bin mir ziemlich sicher, wird den treffen, wenn er in unsere Richtung kommt. Und gleich der erste Schuss, wunderbar. Brianne, nice job. Ach, jetzt können wir Reinforcements, was aber tatsächlich überhaupt kein Problem nicht ist. Also, irgendwie haben wir jetzt ein bisschen Glück auf der Map, so wie es ausschaut, denn irgendwie bewegt sich keiner der Gruppen, das heißt, wir gehen hier mit allen zurück, bzw. noch nicht ganz zurück, Moment, da war noch ein Fehler, so, da, Brianne wird jetzt gleich mal das Teil da hacken. Und dann haben wir nämlich auch das bereits erledigt. Das heißt, die wird sich in der Runde leider nicht beteiligen können. Oh, jetzt könnten wir die Gruppe pullen mit dem Merlin. Nein, nicht mit dem Merlin, Merlin heißt er nicht. Oh, das ist natürlich super, Hackwert, das Soldaten wird da auf dem 20 gesteigert, das nehmen wir. Okay, und das habe ich jetzt nicht gedacht. Es kann nicht sein, dass der die, dass der die pullt, die Dreidler stehen. Dann haben wir, ist doch nicht so einfach, wie ich mir gedacht habe. Müssen wir uns doch dieser Gruppe dann zuwählen. Ja, wir haben sie gepullt. Sie kommen auch in unsere Richtung dann. Wir haben es doch nicht gepullt. Sehr schön, sehr schön. Dann machen wir doch das, was ich vorgehabt habe. Wir ziehen einfach mal alle hier schön nach hinten und und werden der Truppe hier ein freudiges Ereignis bescheren. So, alle gezogen. Oh, wir können sie sogar auch ziehen. Das ist ja cool. Beziehungsweise werden sie nicht ziehen, aber sie kann mit in den Overwatch gehen. Alle gehen in Overwatch und wir begrüßen die neuen Kollegen. Gebührend. Das sind alle Soldaten, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja. Also, keine Mechs dabei, wollte ich damit sagen. Offiziers, Stunlancer und normaler Trooper. Da sollte man doch jetzt einiges an Schaden verursachen können. Wir werden weg, ich schieße. Ich schieße. Sehr schön, gleich Treffer, du kritischer Treffer. Tja, Missella hat gleich einen getötet. Okay. Alle down. Respekt plus Auto in die Luft gesprengt. Leute, hervorragende Leistung. Okay, die haben uns jetzt dann doch entdeckt. Aber erst jetzt. Das finde ich gut. Gut. Und da habe ich auch schon eine Idee, was wir denen zur Begrüßung schmeißen können. Die stehen zumindest so nah zusammen, dass ich sage, ja, wenn wir so weit schmeißen können, dann treffen wir drei mit der Granate, aber wir können nicht so weit schmeißen. Doch. Moment. Bin gar getäuscht. Okay, aber die Reichweite der Granate reicht nicht aus, dass wir drei treffen. Wir treffen nur zwei, was aber auch schon mal okay ist. Sehr schön, sieben Schaden plus verbrannt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie hoch ein Verbrennenschaden ist, aber... Ich gehe davon aus, das ist einiges. Das könnte dem linken Soldaten vielleicht das Leben sogar schon kosten. Ihnen sieht auch keiner. Okay. Das heißt, die kommen alle in unsere Richtung. Reicht es wirklich, wenn wir einen Punkt nach hinten gehen, dass uns die nicht mehr sehen? Tatsächlich. Okay. Angenommen. Nehme ich an. Finde ich gut. Die kann auch da bleiben oder geht noch einen Schritt nach vorne. Sogar noch. Okay, aber Brienne muss natürlich fix die Flatter machen da vorne. So, jetzt zwingen wir die eigentlich in unsere Richtung zu kommen. Und dann können wir ihnen noch vier Overwatch... Oh, schön, genau. Der verbrennt hier auch noch. Wunderbar. Der Offizier hat auch noch einiges an Schaden gekriegt. Und da haben wir das Auto so anbietet, wird das jetzt wohl gleich in die Luft fliegen. Na, jetzt kommt. Irgendwas ist explodiert, leider haben wir nichts gesehen. So, und jetzt kommen die zwei. Wer kommt als erstes? Wer wagt sich als erstes aus dem Bunker? Es ist der Offizier, der auch schießt. Nein, der Sam markiert hat. Und dann kommt noch der Stunlancer, der hier gleich mal sauber eine abkriegt. Sieben, das ist die Hälfte seines Lebens. Und wir haben noch zwei Schüsse, denke ich mal. Oh, leider vorbei. Aber das andere ist nur noch ein Pistolenschuss. Von dem her haben wir jetzt wohl Schaden einstecken. Tatsächlich, um gleich zehn Schaden. Weil Sam hat es wieder mal sauber erwischt. Okay, also Sam wird sich auf jeden Fall mal rächen. Aber dafür geht er weiter nach hinten. Ich bin nett, dass er nochmal einen Schuss abkriegt, wo er markiert ist. Aber wenn wir ihn gleich hochheilen werden, trotzdem. Down, sehr schön. Drehen. Kriegt die Heilung gleich mal ins Ziel. Dort hat er noch sechs Leben. Der sieht ihn. Ah, okay. Sie hat sogar 77% Chance. Also das heißt, die kann ihn wahrscheinlich legen. Down. Sehr schön. Gut. Jetzt haben wir noch zwei Gruppen. Eine wissen wir, dass er gleich da links steht. Und irgendwo treibt sich noch ein Sektor-Pot rum. Ich glaube, wir bewegen uns jetzt mal nicht weiter. Das reicht so. Dann laden wir nur sauber nach. Und schicken wir alle ins Overwatch. Vielleicht kommt die Truppe ja. Bradford hätte uns ja angekündigt, dass die Gruppe in unsere Richtung geht. Aber ich glaube es ja nicht. Da, die Markierung ist auch weg. Oh, da kommt der Sektor-Pot. Okay. Also er hat zumindest ein Starrecht gehabt. Diese Gruppe kommt. Uh. Und Add mit Blue Screen Rounds gleich mal in den Sektor-Pot. Sauber was reinversenkt. Was haben wir noch? Einen Stun-Lancer haben wir noch. Und da hinten auch noch irgendwas. Schaut wie ein normaler Truppe aus. Oh, da bin ich einverstanden. Gut, den Sektor-Pot macht mir alles kaputt. Ist auch gut. Thorin schießt leider vorbei. 76% Chance gehabt. Aber was soll's. Jo. Micella trifft. Schön. Wer kommt? Brienne Treffer. Schön. Vielleicht Wächter? Leider nicht. So. Das ist natürlich jetzt klar, was wir damit machen. Die EMP-Bomb wird, kommt als allererstes zum Einsatz. Wir haben nur noch diese einzige mechanische Einheit, auf die wir treffen. Vielleicht hätte ich noch ein bisschen wegziehen sollen von der Stelle. Ja, gut. Okay, hat noch 10 Leben. Vielleicht können wir sogar den Sektor-Pot deaktivieren. Leider nicht. Aber wir haben noch Salve. Wir können also jetzt noch gar nochmal schießen. Das ist ja nicht schlecht. Dann machen wir den Sektor-Pot weg. So. Daumen geht er. Mit lautem Kabum. Sehr schön. So. Was haben wir da? 97 und 97. Plus blitzschnelle Hände. Ja, da schauen wir mal, ob Ygritte den nicht mit blitzschnellen Händen und einem normalen Schuss gleich mal los wird. Den Kollegen. Ja, sehr gut. Oh, ich glaube nicht. Schade, sie hat ihn doch nicht gekriegt. Aber wir haben eigentlich hier, er hat noch einiges am Bomben. Die nutzen wir auch noch aus. Aber vielleicht schmeißen wir sie nicht so weit nach links, weil da war eine Gruppe links, nicht, dass wir die da irgendwie treffen. Ich glaube zwar nicht, dass das gehen kann. Aber jetzt habe ich gar nicht geschaut. Haben wir den hinteren im Visier gehabt? Zu viel geredet, zu wenig geschaut. Tatsächlich hat man nicht im Visier. Ah, ah, ah. Okay, was wir machen ist, wir geben hier vorne ein Hilfsprotokoll, weil er einfach am ungünstigsten steht. Und der Rest geht auf Overwatch und wir hoffen, dass er näher kommt. Ah, bewegt sie. Oh, anscheinend weg. Vielleicht möchte er sich der letzten Gruppe noch anschließen. Na, er geht nur einfach in bessere Deckung. Und geht auf Doran für fünf Schaden. So, jetzt müssen wir da auch noch irgendwie hinterher. Anscheinend. Schase ist nicht groß, aber wir setzen zumindestens Holo-Targeting drauf. Und er trifft auch noch. Respekt. Wie hat der noch? Ich glaube, der hat nur noch ein Leben oder so. Tatsächlich, genau noch eins. Ja, da wissen wir ja, wer in so einem Fall zuständig ist. Ich glaube, zerlegt den mal. Sehr schön. Das hat der so auch nicht gekämpft. So, was machen wir? Ich glaube, Doran ziehe ich auch mal nach oben vielleicht. Der ist schon noch vorne in Deckung, oder? Gut, dann heilen wir den einfach nur und laden sauber nach, wo notwendig. Erstmal heilen wir. Oh, jetzt habe ich wieder nicht geschaut, auf wen ich eigentlich heile. Das zweite Mal ein bisschen schnell gedrückt, aber es war schon der Richtige. Okay, fast. Kann man sonst noch irgendwo ein dringendes, naja, hier können wir schon mal nachladen, auch wenn es umsonst ist. Und für den Rest brauchen wir nicht nachladen, schauen wir mal, ob die Gruppe kommt und sonst müssen wir ja entgegen gehen. Wir wissen ja eigentlich, wo sie mal gestanden ist. Okay, das Auto zerreißt noch, das war jetzt spektakulär. Gut, die andere Truppe müsste eigentlich da ums Eck stehen, deswegen mache ich die mal auf. Und da heilen wir die Musik auch schon, da haben wir sie, was ist es, Shieldbearer, Aachen und schon wieder so ein blöder Lancer. Okay, der hat noch eine Granate, die Granate haben wir da und die werden wir auch sofort einsetzen, Säurebombe. Da treffen wir die zwei, schön, das mal schauen wir aber vorher. Vielleicht jagen wir auch noch gleich das kleine Gefährt da in die Luft für Zusatzdamage. Ich glaube nicht. Okay, dann Add. Der wäre mir glaube ich fast wichtiger. Sauber, auch noch gleich gelegt. Sehr gut. Dann für den Arkon habe ich ein Präsent. Also eigentlich für beide. Aber es war natürlich noch cool, wenn wir den da hinten noch irgendwie legen könnten. Oh, okay, der geht nicht so weit. Da war der hoch, oh ja, da können wir hoch, sehr schön. Jetzt können wir ja an die Stelle, da waren wir schon mal, glaube ich, ganz am Anfang. Ja, dann jagen wir dem auf jeden Fall noch. Achso, ich wollte ja mit dem Stille schießen. Aber dann haben wir gleich noch nachgeladen, auch noch, sehr schön. Die Schaden ausschalten werden wir aber in der Runde nicht mehr können, so wie es ausschaut. Deswegen, wir setzen die ja auf Overwatch. Oh, zwei Schaden kriegt er durch den Säurebrand. Oh, dann ist er vielleicht eh nächste Runde schon tot. So, für beide haben wir... Und vergiftet das auch noch, weil der hat sogar zwei Verletzungen. Respekt. Der Aachan. Du kannst ihn mal rausbewegen. Nee, er schießt direkt von da. Unglaublich, der geht gar nicht auf das Imitationsgerät los. Anscheinend hat er es nicht gesehen. Ja, wir sind die Besten, haben aber schon viel zu viel Schaden eingesteckt in der Mission. Ich habe das Gefühl, das hätte man auch irgendwie besser machen können. Da war anscheinend kein Fenster, dass der Aachan den gesehen hätte. Jetzt schießt auch noch Ad hier vorbei. Aber wir haben noch ein zweites Imitationsgerät, wenn es wirklich eng wird. Und da sitzen auch nicht. Ah ja, sag einmal, das ist ja... Kein Spaß. So, wir hatten jetzt durch das Imitationsgerät. Diesmal schmeißen wir es aber nicht falsch. Das Mal kriegt er es direkt vor die Brust. Ja, dann nutzen wir das hier noch aus. Damit wir eine höhere Treffer-Chance haben und Crit-Chance. Für 10, immerhin. Aber klar, 13 noch. Na ja, jetzt ist er ein Haufcover. Nicht mal knapp, die Munition wird knapp, okay. Okay. Jetzt duckt sich sogar das Imitationsgerät ab, damit es nicht getroffen wird. Super. Und sie heilt sich mal selber hoch. Nicht, dass irgendein Blödsinn passiert. So, jetzt kann er es aber nicht mehr übersehen. Er steht genau vor seiner Nase. Gut, 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 gut. So, jetzt weiß ich es dann auch mit dir. Wir geben eh den Kill. Falls er trifft. Er trifft zwar, aber es reicht noch nicht. Und dann fangen wir an und dann fertigen wir ihn halbbidig gut ab. So, jetzt aber. Endlich. Gut. Wir sind durch. Gut, leider drei Verletzte. Zumindest die letzte, also die Verletzung auf Prien war unnötig aus meiner Sicht. Da habe ich wohl das Ding so geschmissen, dass der auch noch nicht sehen konnte und auf sie geschossen hat. Aber ansonsten war die Mission schon okay. Dass wir ab sofort immer wieder Schaden einstecken. Das ist ganz normal. Gegner werden halt einfach härter. Wir entwickeln uns jetzt auch nicht mehr recht viel weiter. Wir kriegen noch eine bessere Rüstung und als Scharfschützer noch ein besseres Gewehr. Aber das war es dann auch schon. Jetzt heißt es halt noch die Leute in höhere Positionen bringen. Damit sie noch bessere Fähigkeiten kriegen. Und das ist jetzt noch unser Gut, das wir haben. Ja, die Verwundungen sind aber echt harmlos. Fünf, neun und zehn Tage. Damit bin ich einverstanden. Was ist denn noch im Loot gewesen? Sehr schön. Schon wieder Wille. Aber wir haben so viele PKS-Ville in der Zwischenzeit. Die werde ich dann ja irgendwann verkaufen. Erstmal eine Konditionierung und eine fortschrittliche Magazinerweiterung und eine überragende Magazinerweiterung. Aber die werden wir jetzt auf jeden Fall zum Einsatz bringen. Das ist gut. Hallo, Commander. 265 Vorräte und das düstere Ereignis Alien-Code verhindert. Commander, wenn Sie jemanden mit wissenschaftlicher Begabung finden, schicken Sie ihn mir vorbei. Ich könnte Hilfe brauchen. Machen wir, falls das passieren sollte, machen wir das auch. Hier haben wir irgendwo Vorräte. Okay, sorry, was haben wir denn? Wir haben... Aber da oben haben wir noch Alien-Legierungen und Elerium-Kristalle. Stimmt. Hier Vorräte. Und da unten haben wir irgendwo einen Kontakt hergestellt. Ich glaube, den machen wir jetzt erstmal fertig. Setze Kurs auf Indonesien. Jetzt habe ich mal die Cutscene weggedrückt, weil die habt ihr jetzt schon so oft gesehen. Die müssen wir jetzt nicht jedes Mal wiedersehen. Sie können jetzt zu den vom Codex erlangten Koordinaten vorrücken. Genau, jetzt haben wir die Möglichkeit, tatsächlich beide Geheimeinrichtungen anzugreifen. Das werden wir dann auch machen, sobald Elaria aus ihrem Führertraining heraus ist und auch die wichtigsten Leute aus dem Krankenstand zurück sind. Bis dahin haben wir jetzt zwei Möglichkeiten zu drehen. Einmal Vorräte, einmal Legierungen. Ne, die sind weg. Die sind jetzt weggefallen. Während wir die zwei Tage da gedreht haben, sind die weggefallen. Gut, dann gehen wir auf die Vorräte. Klar, das ist die einzige Möglichkeit, wo wir noch was machen können. Wir bekommen ein zusätzliches düsteres Ereignis. Wieberngeschosse auf den Adventssoldaten. Und die Legierung ist auch immer noch da. Die müsste aber jetzt demnächst da irgendwann verschwinden, hätte ich gesagt. Euron Wyman ist zurück, Dorian ist zurück. Ja, und jetzt ist auch das düsterere Ereignis gerade in dem Moment weggegangen. Jupp, Sigi-Ei. 400 Vorräte. Ja, das wollen wir ganz ungern haben. Wachsamkeit haben wir schon so oft gehabt, das ist uns egal. Und hier dieses verdeckte Ereignis. Und natürlich unsere Vorratslieferung. Jetzt sind wir da nur noch einen Tag am Drehen. Dann machen wir jetzt erstmal das ja fertig. 86, sehr schön. Ich weiß. Schön. Die ist fertig. Wo war die? Ah, die war rechts unten. Jetzt haben wir wirklich alles gebaut. Jetzt haben wir wirklich gar nichts mehr. Gut. Da müssen wir wenigstens da nicht mehr großartig rumschauen. Das ist wirklich alles erledigt. Gut. Und dann können wir uns auch irgendwo Informationen holen. Und links das. Und vorher, bevor wir uns, ähm, wie weit ist es noch? Bis zur, oh, bis zur Servo-Ausrüstung noch zwei Tage. Sehr schön. Jetzt füllen wir erstmal hier hoch und schauen mal, ob wir da irgendwas kaufen können. Weil wir müssen nämlich auch tatsächlich nirgends mehr Kontakte herstellen ab sofort. Was können wir denn verkaufen? PKS-Beweglichkeit. Aber das ist das ganz stinknormale. Das könnte man sogar theoretisch verkaufen. Und hier, aber kaufen wir auf jeden Fall mal was. Und was können wir kaufen? Ja, das brauchen wir nicht mehr beschleunigen. Das ist ja nur in zwei Tagen. Scharfschützen brauchen wir eigentlich auch nicht. So, jetzt hier, überragende Wahrnehmung. Das ist super. Das müsste eigentlich plus 15 Ziel sein. Zack. Fokus ist Wille. Geschwindigkeit. Brauchen wir nicht unbedingt. Überragender Mehrlader. Überragende Automatik. Überragendes Zielfeld. Das nehmen wir auf jeden Fall. Gut. Passt. Läuft. So, jetzt haben wir uns irgendwo, sind unsere Vorräte. Unsere Vorwärtslieferung ist da. Wie haben wir uns auch? Ich glaube, wir haben jetzt schon über 1000 Vorräte gehabt, wenn ihr es richtig gesehen habt. Da müssen wir uns auch mal überlegen, ob wir wieder was kaufen. Oh ja, da kaufen wir auf jeden Fall was. Ich weiß auch schon was. Erstmal natürlich die Serverrüstung gleich. So, Elaria. Ähm, Moment. 15 Tage. Jupp, das machen wir dann so, dass wir sie noch einmal in die Ausbildung schicken. Und wenn sie da wieder zurückkommt, ich glaube, dauert 8 Tage, greifen wir was an. Wir haben überhaupt keinen Platz mehr zur Erweiterung. So, schon mal genau geschaut. So, Feuerdisziplin. Alle Verbündeten innerhalb der Befehlsreichweite erhalten einen Bonus in Höhe von 10% auf ihre Reflexschüsse. Und sind unterwegs, verwende eine Aktion, um allen anderen Verbündeten innerhalb der... ... für den Rest der Runde plus 3 Mobilität zu gewähren. Ne, Käse. Äh, Feuerdisziplin, nicht das. So, jetzt schauen wir mal schnell. Oder gehen wir gleich da rein. Neue Kampftechniken. Äh, wir kaufen auf jeden Fall mal das für den Ranger. Plus 3 Schaden bei flankierten, äh... ... gegnern. So, jetzt sollen wir auch gleich noch den Ranger erwerben. Ah, den Schafschützen erwerben. Wir kriegen jetzt gleich auch noch Gold. Das können wir machen. Den erwerben wir auch gleich noch. Jetzt haben wir eigentlich alles, was super wichtig ist. Hammer. So, jetzt haben wir gleich die Servo-Ausrüstung. Diese Ergebnisse könnten sich als kritisch für unsere Bemühungen erweisen, Commander. Sehr schön. Und wir können dadurch auch Geisteranzug und Waranzug bauen. Und die Archon-Autopsie ist umsonst. Dann machen wir die als allererstes. Der Archon ist das Ergebnis einer aufwändigen Fusion von Alien-Biomaterial mit fortschrittlichen mechanischen Unterstützungssystemen und stellt an Alien-Standards gemessen ein außergewöhnlich verspieltes Design dar. Seine einzigartige Erscheinung versprüht einen Hauch von Autorität. Und ich kann nur vermuten, dass die Aliens ihn als eine Art Herold für ihre restlichen Truppen entworfen haben. So, was gibt uns der jetzt? Die Fusionsklinge, also die Tier-3-Schwert. Brauchen wir jetzt erstmal nicht. Aber irgendwann kaufen wir es uns auch. So, als nächstes machen wir die Plasma-Lanze. 14 Tage. Okay. Dann gehen wir hier in die Technikabteilung und kaufen gleich mal die Ausrüstung. 600 Vorräte, 90 Alien-Legion, 75. Da gehen wir genau auf 0 bei den Elerium-Kristallen. Okay. Da haben wir Glück gehabt. Das ist unsere Standard-Servorüstung. Sie bietet die Belastbarkeit, die man von einem großen Kampfanzug erwarten würde. Cool. Jetzt möchte ich noch was schauen. Ich glaube, da können wir zwar nichts bauen, weil uns jetzt eben diese Elerium-Kristalle abgehen. Millionen unschuldiger Leben laufen unwissend in die Falle der Aliens. Genau. Für den War-Anzug brauchen wir nämlich Elerium-Kristalle, genauso wie für den Geister-Anzug. Okay. Da können wir uns also die noch nicht kaufen. Leider. So. Weiter an den Vorräten. Da haben wir die. Okay. Und wir können auch schon wieder nirgends drehen, oder? Es ist schon wieder alles weg. Doch, hier sind Informationen. Ja, die holen wir uns auf jeden Fall. Ich gehe jetzt aber davon aus, dass jetzt hier gleich irgendwas kommt, eine Mission. Also da werden wir jetzt nicht mehr viel machen. Jetzt sind wir eh schon ganz schön lang hier im Geoscape unterwegs. Elaria noch sechs Tage. Das heißt, wir werden in sechs Tagen was angreifen. Oh, Melisandre hat auch wieder was abgeschlossen. Was machen wir bei ihr weiter? Den Leerspalt. Ja, sehr gut. Können wir es jetzt wirklich noch schaffen, dass wir vier Tage da drehen, was ich jetzt nicht glaube. Wer den... Genau, gut. Also hier haben wir eine Ratsmission. Ratsmission. Neutralisiere das Ziel. Also ein Dark Whip rausholen. Rachgeirr Gedanke. Belohnung wäre sehr schön. Gegner wären zwölf Stück. Aha, aha. Unbekannter Feind. Gut. Ist mir klar, was das ist. Der Rest hört sich jedoch eher harmlos an. Also könnte auch eine machbare Mission werden. Die machen wir aber erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir sind einigermaßen gut durchgekommen. Nur eine Verletzung am Schluss, die war vielleicht unnötig. Sollte es euch gefallen haben, dann lasst doch bitte ein Like da oder abonniert. Und ansonsten sehen wir uns zur nächsten Folge. Und bis dahin, keep on rocking! Und bis dahin,